So Freunde habe ich gar nicht. Da muss man einfach konsequent sein. Leute, die einmal erzählt haben, dass sie Validiva-Ausflug machen, musst du nichts sagen. Einfach nur knicken, lächeln und nebenzu auf dem Handy einfach die Freundschaft auf Facebook künden und auf Instagram und auf Twitter und überall und dann einfach so ganz langsam, slowly walking back oder so und dann umzuchen in eine andere Stadt und dann neu versuchen. Nein.